Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Hoffnungsträger Stammzellen. Chancen und Grenzen ihrer Anwendung in der Therapie. Von Professor Christopher Baum. Gehalten am 29. März 2011 in der Urania in Berlin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie der Versuchung des zeitgleich stattfindenden Länderspiels widerstanden haben, um sich heute hier mit grundlegenden Fragen der Stammzellen in der Medizin zu beschäftigen. Ich werde Ihnen gleich im nächsten Dia kurz darstellen, in welchem Spannungsfeld sich dieser Vortrag entwickeln wird. Einerseits ist natürlich, und denke, das ist für viele auch die Motivation, hierher zu kommen, das an die Stammzellen geknüpfte Heilsversprechen für viele gegenwärtig mit konventionellen Verfahren nur insuffizient zu behandelnde, angeborene oder erworbene Erkrankungen. Dann haben wir aber auch immer verknüpft mit modernen Verfahren der Stammzellenmodifikation, auch den Frankenstein-Mythos zu beachten. Und Sie wissen vielleicht, Frankenstein ist nicht das Monster, sondern der Arzt oder der Forscher, der gewisse Grenzen überschritten hat, die den sozialen Konsens gestört haben. Das ist überzeichnet, wenn man so will, in diesem Mythos dargestellt. Und wir werden uns deswegen auch darüber Gedanken machen müssen, ob wir hier mit den Verfahren, die ich Ihnen darstellen werde, ähnliche Grenzen der Ethik eventuell angreifen. Und letztendlich daran geknüpft, sehr interessant, man redet über Zellen und hat an der Zellbiologie aufgehängt, in unserer doch eigentlich pluralistischen Wertegesellschaft dann eine sehr intensive Individualitätsdiskussion. Wie kommt es eigentlich, dass der Mensch ein Individuum ist? Und was definiert die Person als Individuum? Kann man das überhaupt zellulär definieren? Ich werde am Schluss meines Vortrags mich auf dieses Glatteis begeben. Ich bin Mediziner und trotzdem versuchen, aus meiner Sicht Ihnen dort auch ein paar Gedanken dann nahe zu bringen. Also die wesentlichen Themen und Fragen. Wozu brauchen wir Stammzellen in der Medizin und deren genetische Modifikation? Wo liegen aber auch die Grenzen in unseren gegenwärtigen therapeutischen Verfahren? Und wie können wir vielleicht diese Grenzen gezielt angehen auf rationaler Basis? Und dann letztendlich die Frage, kann man Identität, Individualität, Personalität überhaupt biologisch definieren? Nun, die Rede war bereits vom Individuum. Und so wie Sie hier sitzen und so wie ich hier stehe, empfinden wir uns alle als Individuum. Und wenn man das übersetzt, heißt das ja, dass man nicht teilbar ist. Die Anatomen haben auf der Suche nach den Grundlagen der Erkrankung und vielleicht auch auf der Suche nach der Seele begonnen, den Körper zu zerlegen, ihn eben teilbar zu machen. Und so wissen wir, dass den menschlichen Körper Dutzende morphologisch und funktionell unterscheidbare Organe bilden. Die nächste Organisationsform hinter den Organen sind die Zellen, die natürlich erst mit der Erfindung der Mikroskopie entdeckt werden können. Und nun ist es mir wichtig, dass wir gleich am Anfang mal die Zahlendimensionen bedenken. So wie Sie hier sitzen, so schätzungsweise zwischen 50 und 100 Kilo schwer, versammelt Ihr Körper 100.000 Milliarden Zellen, schätzungsweise. Das sind also 10 hoch 14 einzelne Zellen, die Ihren Organismus zusammensetzen. Diese Zellen existieren in etwa 1000 Varianten und sie müssen sich natürlich lebenslang regenerieren. Die Zellen, die Sie im Moment bilden, waren nicht die, mit denen Sie auf die Welt gekommen sind oder mit denen Sie ursprünglich entstanden sind. Und hier in Berlin, der berühmte Pathologe Virchow hat ja das berühmte Dogma geprägt, dass Zellen nur aus Zellen entstehen können, Omnis-Zellular, E-Zellular. Insofern ist die Zellvermehrung, die Zellregeneration ein Grundprinzip des Lebens. Und auch hier nochmal, damit Sie die Dimensionen verstehen, über die wir reden, in der Stunde, in der wir hier zusammen sein werden, bildet jeder von Ihnen 10 Milliarden neue rote Blutkörperchen. Allein nur, um diese Sauerstofftransportfunktion des Blutes wahrzunehmen, in einer Stunde 10 Milliarden Zellen, die von Ihnen, ohne dass Sie es merken, neu gebildet werden. Und das ist ja nur ein kleiner Aspekt der Prozesse, die im Körper ablaufen. Viele andere Zellen und Organe unterliegen ähnlich hohen Regenerationsdruck. Und hier bewegen wir uns jetzt auf die Stammzellen zu. Was ist die Rolle der Stammzellen? Nun, das sind diese Zellen, die im Prinzip die ultimative Organisations- und Schaltzentrale für diese Regeneration darstellen. Das sind Zellen, die sich selber erneuern können und damit sich vermehren können. Wir reden auch von der Expansion von Zellen. Aber Sie werden Ihre Aufgaben, und das sehen Sie hier ganz schön an der Bildung roter Blutkörperchen, nur erfüllen können, wenn Sie sich spezialisieren. Würden Sie nur aus Stammzellen bestehen, könnten Sie nicht leben. Jemand, der nur aus Stammzellen besteht, ist ansatzweise ein Tumor. Das ist noch so die Struktur im Körper, die die höchste Stammzelldichte hat. Um wirklich Funktionen wahrzunehmen, um leben zu können, um zu kommunizieren und alles, was Sie erfüllt, brauchen Sie die reifen Zellen, die in der überwiegenden Mehrheit Ihren Körper ausmachen. Und Stammzellen können aber auch in den Zell totgeschickt werden, wenn Sie die falschen Signale erhalten. Denn, das ist ganz interessant, Stammzellen sind auch, wenn Sie so wollen, eine relativ gefährliche Zellpopulation im Körper. Sie sind besonders langlebig. Sie können sich sehr gut selbst vermehren. Sie sind daher, wie man annimmt, auch der Ausgangspunkt für die Entwicklung bösartiger Tumore. Und Störungen auf der Ebene der Stammzelle können sich relativ leicht in Tumore übertragen. Störungen auf der Ebene reifer Zellen sind sehr viel schwieriger. Die müssen sehr viele Mutationen akkumulieren, um zu entarten. Das verdeutlicht Ihnen schon mal in erster Näherung, dass Stammzellen lebensnotwendig sind, aber eben auch eine durchaus nicht unproblematische Population im Körper repräsentieren. Dieses feine Gleichgewicht zwischen Stammzellen und Differenzierung wird letztendlich über die Gene gesteuert. Und auch hier wieder die Zahlen. Wir gehen davon aus, dass man mindestens 25.000 funktionell unterscheidbare Gene in einer einzigen Zelle hat, die dann in unterschiedlichen Editionen, RNA und Proteine übersetzt werden, sehr komplexe Interaktionen miteinander wahrnehmen in der Zelle und über einen Mechanismus, den wir Epigenetik nennen, in ihrer Aktivität kontrolliert werden. Man nimmt an, dass in diesen ganz unreifen Stammzellen viele Gene ganz schwach aktiv sind, während in reifen Zellen nur noch ein kleiner Anteil dieser 25.000 Gene dann höher aktiv ist und die Zellfunktion dann definiert. Das ist also diese epigenetische Kontrolle. Wir verstehen noch sehr wenig, wie es kommen kann, dass der Körper dann 25.000 Gene pro Zelle mal 10 hoch 14 Körperzellen zu jeder Sekunde ihrer Existenz koordiniert. Da haben wir noch relativ wenige Begriffe, wie man das auch nur genetisch fassen kann. Wir wissen aus der Entwicklungsbiologie, dass hier strenge Gesetze herrschen, die zum Teil genetisch determiniert sind, aber die Grundgesetze sind in der Tat noch sehr wenig verstanden. Sie können jetzt hier sich gratulieren, dass Sie zu dieser enormen Leistung fähig sind, 25.000 mal 10 hoch 14 Gene ungefähr zu koordinieren in ihrer Existenz. Das ist eigentlich auch die beste Nachricht, die ich Ihnen heute geben kann. Aber ich hoffe, dass Sie trotzdem jetzt hier bleiben, denn ich will natürlich auch mit Ihnen diskutieren, was wir aufgrund unserer immer noch bescheidenen Einblicke in diese Vorgänge uns für neue therapeutische Konzepte überlegen. Wir wissen zum Beispiel immer mehr, dass Erkrankungen auf identifizierbaren Genfehlern beruhen. Die können angeboren sein, dann sind sie in allen Körperzellen mehr oder weniger vorhanden oder sie sind erworben, dann entstehen sie in einzelnen Körperzellen und je nachdem, ob die Zellen sich durchsetzen, setzen sich diese Mutationen mit den Zellen dann durch. Nun kann man dann konsequent sagen, wenn es so ist, dass Erkrankungen auf Genfehlern beruhen, dann sollte ich doch in der Lage sein, genau an dieser Wurzel des Übels einzugreifen und Erkrankungen zu therapieren, indem ich Gene, die Informationsträger in den Zellen, korrigiere. Hier ist natürlich die Tür eröffnet zur Gentherapie und die entscheidende Frage ist, welche Information, welches Gen bringe ich ein, in welche Zelle muss ich denn überhaupt dieses Gen dann einbringen und wie viele Zellen muss ich verändern, um einen therapeutischen Effekt zu erreichen. An dieser Stelle ein paar Fachbegriffe, die dann wahrscheinlich mehr oder weniger unwillkürlich in meinem weiteren Vortrag unterlaufen werden, weil das unser täglicher Jargon ist. Wir reden vom Vektor, wenn wir ein Vehikel beschreiben, was Gene in Zellen übertragen kann und dann die Grenzen überwindet an der Zellmembran oder an der Kermembran, um dann das Gen an den Chromosomen oder in die Chromosomen zu verankern. Wir reden vom Transgen, wenn wir von dieser künstlich geschaffenen Erbinformation reden, die übertragen wurde in Zellen und wir reden von somatischen Zellen als Zielzellen, weil das schon das erste wichtige ethische Dogma ist, das klar ist für die Entwicklung dieses Feldes. Wir wollen nur Körperzellen, somatische Zellen verändern. Wir wollen keine Erbinformation in Keimbahnzellen einbringen. Es geht nicht darum, das menschliche Genom als Ganzes zu modifizieren, es geht darum, das Genom in den Zellen zu modifizieren, die für den Erkrankungsprozess entscheidend sind. Daher redet man auch von der somatischen Gentherapie unter Ausschluss der Keimbahnmodifikation. Und letztlich geht es hier um die Behandlung von Erkrankungen, das heißt, wir müssen einen systemischen Effekt mit dieser molekularen Operation erreichen und bei Erkrankungen herrschen häufig sehr stressvolle Milieufaktoren. Das heißt, die modifizierten Zellen müssen in diesem stressvollen Krankheitsmilieu sich ja irgendwie auch dann bemerkbar und erkenntlich machen. Und so gibt es dann eine ganze Reihe von Fragen, die mehr oder weniger methodischer Natur sind, die notwendig sind in der Beantwortung, um das Feld dann vernünftig zu entwickeln. Im wesentlichen Unterschied zur Pharmakotherapie machen Sie hier keine Veränderung des Milieus. Sie geben keine Chemikalien, die dann in die Zellen eindringen und dort dann irgendwelche Schaltprozesse verändern. Bei der Gentherapie macht man eine intrinsische Informationstherapie, sozusagen biologische Information wird übertragen in den Zellkern, verankert sich dort und verändert dann von dort in der veränderten Zelle das Zellverhalten. Und diese Idee, dass man Zellverhalten intrinsisch mit biologischer Information verändern kann, ist natürlich jetzt medizinisch erstmal sehr faszinierend. Wir könnten in die Lage kommen, das Verhalten der Zellen bezüglich auf ihre Vermehrungsfähigkeit, ihre Fitness, ihr Wandern im Körper, ihre Einbettung in Organe, ihre Differenzierung zu verändern. Wir können Ihnen ganz neue Identitäten geben, darauf gehe ich nachher ein mit der Reprogrammierung. Oder wir können auch dafür sorgen, dass Sie auf Knopfdruck wieder den Körper verlassen, abgetötet werden. Das wäre auch ein Ziel, was für viele Zelltherapien eventuell relevant sind, wenn Nebenwirkungen eintreten. Dann geht es natürlich um die klassische Anwendung der Gentherapie, dass man wirklich einen genetischen Fehler direkt korrigiert, aber übertragen dann auch erworbene Erkrankungen wie Infektionen, Krebs oder polyvalente degenerative Erkrankungen, die man vielleicht auf diesem Weg mit neuen Möglichkeiten behandeln kann. Ich hatte Ihnen nicht umsonst eingangs so ein bisschen die quantitative Thematik näher gebracht. Wir müssen auch hier mal wieder jetzt reingucken, was eigentlich hier wir vornehmen, rein auf mathematischer Ebene. Und das bedeutet, wenn Sie ein Gen übertragen in die 25.000, die im Genom wild verstreut auf den Chromosomen liegen, müssen Sie natürlich dafür sorgen, dass dieses Unterverhältnis von 1 zu 25.000 irgendwie so geartet ist, dass das übertragene Gen sich auch bemerkbar macht gegen die anderen Gene, die dort ja auch sitzen. Und ich hatte Ihnen erzählt, viele Zellen schalten Gene ab, um reife Zellfunktionen wahrzunehmen. Um sich zu spezialisieren, dieses übertragene Gen soll nicht abgeschaltet werden. Das soll ja die Funktion übernehmen. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wenn wir nur so eine transgenveränderte Zelle übertragen in den Körper, dann haben wir eine homöopathische Verdünnung von 1 zu 10 hoch 13 bis zu 10 hoch 14. Es gibt noch kein beweistes Prinzip der Gentherapie-Homöopathie. Wir gehen davon aus, dass wir in der Gentherapie relativ hohe Wirkdosen an Zellen erreichen müssen. Mindestens 10 hoch 9 Zellen, das ist ungefähr ein Gramm Gewebe, sind häufig notwendig, um therapeutische Effekte zu erreichen. Und deswegen versucht man in genau die Zellen zu gehen, die sich ja vermehren können. Das sind die genannten Stammzellen. Da ist die Verknüpfung von der Gentherapie zur Stammzelltherapie. Und so gibt es in ersten klinischen Studien, die alle noch nicht das Stadium erreicht haben, das für eine Zulassung als Medikament notwendig wäre. Das sind frühe Beobachtungsstudien. So gibt es in diesen ersten klinischen Studien auch erste Hinweise, dass die Gentherapie durchaus bei schweren Erkrankungen neue Optionen bieten kann. Hier sind ein paar genannt, die brauchen Sie nicht alle zu kennen. Im Kontext der Stammzelldiskussion will ich erwähnen, dass man die Blutstammzellen verändern kann, um schwere Immundefekte zu korrigieren. Und man kann auch zum Beispiel Stammzellen der Haut korrigieren bei schweren Erkrankungen, wo sich die Haut ablöst und verbrennungsartige Symptome spontan bei den Patienten entstehen und schwerste Probleme dann auslösen. Und es gibt viele andere potenzielle künftige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Neurologie und anderen Organen. Wir müssen hier mal ein bisschen tiefer einsteigen. Stammzell-Gen-Therapie, jetzt haben wir die beiden Bereiche verknüpft, Stammzellen- und Gen-Therapie zur Regeneration des Immunsystems. Es gibt Patienten, bei denen fällt die Bindung aller notwendigen Zellen des Immunsystems aus. Wir reden von schweren kombinierten Immundefizienzen und die Babys fallen dann im jungen Alter, wenn der Schutz der Antikörper von der Muttermilch nachlässt, damit auf, dass sie schwerste Infektionen entwickeln, die lebensbedrohlich sind, noch im ersten Lebensjahr. Das kann man heutzutage relativ gut diagnostizieren. Man kann die Gendefekte erkennen, die dem zugrunde liegen. Es sind selten Erkrankungen, seltener als 1 zu 100.000 zum Teil, bezogen auf neue Geburten. Aber man kann dann überlegen, wenn wir hier das Gen kennen, das dazu führt, dass die Bildung der Blutimmunzellen nicht mehr funktioniert, dann können wir vielleicht dieses Gen ja wieder neu einbringen in die Zellen, die letztendlich die Blutzellregeneration machen, nämlich diese Blutstammzellen. Und so ist gezeigt worden, jetzt in mehr als zehn Jahren, dass man bei diesen schweren kombinierten Immundefizienzen lang anhaltende Therapieerfolge bekommen kann und Kinder retten kann vor diesen lebensbedrohlichen Infektionen, die von der Grunderkrankung ausgehen würden. Wir haben in der Medizinischen Hochschule in Hannover unter der Leitung meines Kollegen Christoph Klein eine solche frühe Beobachtungsstudie laufen bei einem anderen schweren Immundefekt, der Viscot-Altrich-Syndrom-Erkrankung. Und meine eigene Abteilung ist sehr stark involviert in der Optimierung der Methodik, um solcherlei Eingriffe langfristig effizient und dann auch sicher durchführen zu können. Warum rede ich hier über Sicherheit? Nun, das ist nochmal eine detailliertere Tabelle, die Ihnen zeigt, dass schon seit langem hier versucht wird, diese Form der Gen-Stammzelltherapien zu entwickeln, man aber jetzt seit ungefähr zehn Jahren Erfolge hat bei einer zunehmenden Anzahl von Patienten, die an diesen seltenen Erkrankungen leiden. Aber leider ist es bei einem relativ großen Anteil, ungefähr 25 Prozent der behandelten Patienten, zur Induktion schwerer Nebenwirkungen gekommen. Dieses neue Therapieprinzip hat auch eine neue Form von Nebenwirkungen in die Medizin gebracht. Man hat beobachtet, dass die genetisch modifizierten, eigentlich krankheitsheilenden Stammzellen plötzlich entarten können und eine Leukämie auslösen. Das ist natürlich ein schwerer Unfall dieses neuen Eingriffs, aber die gute Nachricht ist, alle bis auf einen Patienten, die diese Nebenwirkungen hatten, konnten gerettet werden durch die optimierten Leukämietherapien, die heutzutage zur Verfügung stehen. Ein Patient ist nur gestorben, schlimm genug. Und wir sind aufgefordert, die zugrunde liegenden Ereignisse jetzt besser zu erkennen und vorherzusagen und vielleicht präventiv eingreifen zu können. Und hier muss ich Sie mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen in die Molekularbiologie. Ich versuche das zu vermeiden, wo ich es nur kann. Nur mal kurz hier an dem Beispiel. Das Problem, was wir hier haben, ist ein Unschärfeproblem. Wir können nicht vorhersagen, wo unser Genvektor letztendlich im Zellkern, in den Chromosomen, bezogen auf die Genarchitektur, sich verankern wird. Wir können nur sagen, er wird sich dort verankern, im Zellkern, aber nicht in welchem Gen. Und nun ist es so, dass ungefähr ein Prozent aller Gene wachstumsregulierende Gene sind, deren Störung auch Anlass zu Tumoren geben kann. Wir haben also theoretisch eine einprozentige Chance, so ein sogenanntes Onkogen zu treffen. Das ist jetzt mal hier schematisch dargestellt, wie so eine Genstruktur aussieht. Nun ist die entscheidende Frage, an welcher Stelle dieser Genstruktur wird unser Genvektor sich einbauen und wie ist dieser Genvektor aufgebaut? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von dem Genvektor Kontrollelemente ausstrahlen auf benachbarte Bereiche in diesen Genen? Und so konnten wir diese Variablen in den letzten Jahren identifizieren und mussten feststellen, dass die erstmals in klinischen Studien eingesetzte Technologie denkbar ungeeignet war. Sie war denkbar gefährlich, um solche leukämischen Nebenwirkungen auszulösen. Die Vektoren selber schaffen viel Unruhe durch sehr starke Kontrollelemente, die ins Genom kommen. Es ist so, als würden Sie einen ganz lauten Motor anschmeißen in der Nähe einer ruhigen Nachbarschaft, der Tag und Nacht läuft. Viele Nachbarn sind dadurch gestört und regen sich auf und so ähnlich ist das hier im Genom. Benachbarte Gene beginnen sich aufzuregen, Aktivität zu erhöhen, weil da ein neues Gen eingebaut wurde, das eine besonders starke, laute Aktivität ausübt. Und wir können jetzt neue Methoden entwickeln, dass diese übertragenen Gene sehr viel smarter sind. Sie haben nicht mehr laute Dieselmotoren, sondern kleine Elektromotoren, die sich genau anpassen an die Gegebenheiten der Zellen im optimalen Fall. Und wir können auch dafür sorgen, dass sie nicht mehr so hohe Wahrscheinlichkeit haben, Gene zu treffen, sondern in die Wüsten des Genoms zum Beispiel zu integrieren, wo die Benachbarschaft der Gene wahrscheinlich sehr viel ungefährlicher ist und keine Onkogene dort sitzen. Auf diesem Weg versuchen wir an der Wurzel über die Erkenntnis der Ursachen der Nebenwirkung auf molekularer Ebene neue präventive Strategien zu entwickeln. Und wir versuchen auch zu erkennen, welche Selektionsbedingungen in einem Körper vorhanden sein müssen, damit solche Mutanten dann sich durchsetzen und letztendlich einen Krebs auslösen. Vielleicht können wir auch durch die Änderung der Milieubedingungen im Organismus dafür sorgen, dass mutierte Zellen sich nicht mehr durchsetzen können. Hatte man das nicht vorhersehen können? Nun, man wusste schon in den frühen 80er Jahren, dass Retroviren, das sind hier die verwendeten Vektoren, Krebs auslösen können durch solchen Fehleinbau im Genom. Aber man wusste auch, dass für einen Krebs viele kooperierende Mutationen notwendig sind. Und die Idee war, wenn man nun nur ein Gen einbringt pro Zelle, dann müsste die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass solche kooperierenden Mutationen entstehen und müsste eigentlich unser Geneingriff sicher sein. Das nahm man in den 90er Jahren an. Und wir haben dann 2002 erstmals in einem Tiermodell die Beobachtung gemacht, dass schwere Nebenwirkungen ausgelöst werden können, wie die Leukämieentwicklung. Und kurz darauf wurde das leider dann auch in der Klinik beobachtet. Wo stehen wir heute? Wir haben erkannt, welche Determinanten hier entscheidend sind für die Auslösung dieses Problems. Wir beginnen den Kontext zu verstehen, warum nur bei manchen Patienten diese Nebenwirkungen entstehen, aber nicht bei anderen. Und wir sind dabei, neue Präventionsstrategien klinisch jetzt in neuen Studien zu testen. Was wir also machen müssen, ist eine neue Form der Stammzell- und Gentherapietoxikologie zu entwickeln. Und hier begeben wir uns nun auf das durchaus nicht unproblematische Thema der Tierversuche. Wir müssen, wenn wir solche neuen Stammzell- und Gentherapien entwickeln, im Tiermodell prüfen, ob Effizienz oder auch Nebenwirkungen eintreten. Wir verwenden hierfür das gängigste Modell für die Blutbildung die Maus. Und Sie sehen hier, dass wir Beobachtungszeiten haben von ein bis zwei Jahren, um zu sehen, ob Langzeitnebenwirkungen entstehen können. Dieses Modell, das wir entwickelt haben seit 2002, ist inzwischen international akzeptiert. Aber es hat den Nachteil, dass es diese sehr lange Beobachtung braucht. Die regulatorischen Behörden, die solche neuen Therapien überwachen, fragen nach den Daten. Aber wir haben auch das Problem, dass wir keine gute Quantifizierung von Nebenwirkungen aus vornehmen können. Wir können nur grundlegende Prinzipien beschreiben, weil Nebenwirkungen extrem selten sind, auch in diesem Modell. Wir waren also aufgefordert, hier bessere Methoden zu entwickeln, die möglichst keine Tiere brauchen und sehr viel schneller sind in dem Nachweis möglicher Probleme. Und das ist die Arbeit, die dann zu dem Tierschutzpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2009 geführt hat. Wir haben hier ein Zellkultursystem entwickelt, das sehr viel sensibler ist als die Maus in vivo, um Nebenwirkungen abzubilden und nicht nur sensibler ist, sondern wir können auf zwei Ebenen, ich will hier nicht auf Details eingehen, auch eine sehr genaue Quantifizierung der Nebenwirkungen vornehmen. Und wir müssen uns jetzt gewöhnen in dem Kontext neuer Stammzelltherapieentwicklungen, dass wir vielleicht gewisse Risiken nicht auf Null runterdrücken können. Wir können keine Schwarz-Weiß-Malerei erwarten, die perfekte genmodifizierte Stammzelle, die niemals Nebenwirkungen machen wird. Worum es uns geht, ist eine rationale Erkenntnis der Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen und um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, brauchen wir quantitative Nachweissysteme und solche Zellkulturverfahren können genau diese genaue Quantifizierung sehr gut leisten. Was hier im übertragenen Sinn passiert war, als Grundprinzip dieses Versuchssystems, war, dass wir einfach nur Zellkulturbedingungen definiert haben, die innerhalb recht kurzer Zeit von nur vier Wochen sehr seltene Mutanten herauswachsen lassen. Die Zellkulturbedingungen, das Milieu ist so selektiv für die Mutante, dass sie sehr gut nachweisbar ist, auch wenn sie am Anfang nur eine von 100.000 Zellen ausmacht. Und durch diesen Selektionsdruck, darwinsches Prinzip der Evolution, können wir der Mutante zum Vorteil verhelfen und hier ein sehr sensitives Nachweisverfahren etablieren. Mithilfe dieser neuen Formen von Zellkultursystemen können wir jetzt sagen, dass wir in der Lage sind, die Sicherheit für künftige Anwendungen etwa zehnfach zu erhöhen, wenn wir das Gen umbauen, den Dieselmotor auswechseln gegen den feinen, leisen Elektromotor und ungefähr neunfach konnten wir quantifizieren, können wir das Risiko von transformierenden, krebsauslösenden Ereignissen hoffentlich senken, wenn wir daran basteln, wo das Gen im Genom integriert, dass wir das Integrationsspektrum ändern. Und auf der Basis solcher Erkenntnisse können wir jetzt in neue klinische Studien treten, die wir typischerweise so organisieren, dass gleich mehrere klinische Zentren in einem Land oder sogar multinational sich diese neuen Technologien aneignen und dann gerade bei seltenen Erkrankungen dann möglichst innerhalb kurzer Zeit einige Patienten behandeln, sodass wir relativ schnell Einblicke erhalten, ob die Vorhersagen aus den präklinischen Modellen auch wirklich in der Zukunft dann zutreffen werden. Und das kann man dann auf mehrere verschiedene Krankheitsentitäten anwenden. Was wir hier jetzt im Prinzip gesehen haben, war nur ein Beispiel, dass eine schwere Erkrankung durch Gentransfer korrigiert werden kann. Man findet schwere Nebenwirkungen, man erkennt die Ursachen dieser Nebenwirkungen, optimiert die Methodik und hofft dann in der nächsten Phase der klinischen Prüfung die höhere Effizienz mit höherer Sicherheit kombinieren zu können. Wir wollen hier letztendlich nochmal zusammenfassen, dass wir hier das Grundproblem haben, dass wir um einen Patienten zu behandeln immer gleich viele Millionen Zellen genetisch korrigieren müssen. Und das bedingt eben diese Unschärfe, weil wir viele Millionen Zellen behandeln. Es sind seltene Mutanten, die 1 zu 1 Million Häufigkeit haben, theoretisch in der Lage, sich im Körper anzusiedeln und irgendwann durchzusetzen. Nun, das Hauptproblem, was wir hierbei haben, ist, dass wir nicht vorher auswählen können, die Zellen, die die korrekte Korrektur enthalten haben und die schlechten Mutanten verwerfen können. Hierfür haben wir in diesem Bereich der Körperzellen des Blutes, der Körperstammzellen des Blutes, noch keine ausreichende Methodik zur Verfügung. Wir müssen also uns vielleicht überlegen, ob wir nicht sehr viel radikalere Methoden einsetzen müssen, um dieses Problem an der Wurzel zu packen. Gegenwärtig versuchen wir, das Problem zu lösen über Dosisfindungsstudien und langsame Verbesserungen der Technologie. Es wäre in der Zukunft sicherlich viel besser, wenn alle Kräfte in dieselbe Richtung zeigen und wir einen sehr viel gründlicheren Lösungsansatz hier entwickeln können. Dies ist eine alte Karikatur, die Ihnen zeigt, dass, wenn man versucht, die Natur zu bändigen, vielleicht Politik, Kultur und Wissenschaft in eine Richtung zeigen können, aber die Natur sich trotzdem in die andere Richtung bewegen möchte. Und die Frage ist jetzt, ob wir es irgendwie schaffen können, die Natur besser zu bändigen, sodass wir noch höhere Sicherheit bei Stammzellenanwendungen erreichen werden. Wir wollen hier überlegen, statt viele Zellen zu verändern, den polyklonalen Ansatz, vielleicht nur eine einzelne Zelle zu verändern, die wir dann vermehren, sodass sie therapeutisch in wirksamen Mengen vorliegt. Das wäre der klonale Ansatz. Und hier begeben wir uns jetzt auf die Ebene einer Zellpopulation, die so eine massive Vermehrung von einer einzelnen Zelle aus zulässt. Das sind nicht die adulten Stammzellen, sondern die pluripotenten Stammzellen, wie wir sie nur in einer ganz frühen Form des Embryos finden. Wenn wir uns auf solche pluripotenten Stammzellen bewegen, dann deshalb, wie ich erwähnt hatte, weil diese Zellen klonal nahezu beliebig vermehrbar sind. Wir können aus einer Zelle sehr viele Zellen machen, die einen therapeutischen Effekt generieren sollen. Wir müssen aber hierbei darauf achten, dass wir erneut keine Techniken einführen, die die Keimbahn des Menschen in irgendeiner Form beeinträchtigen können. Und wir dürfen natürlich keine Techniken verwenden, die zum Verbrauch menschlicher Embryonen führen. Die neue Technologie, die sich jetzt hier abzeichnet, ist die Möglichkeit, dass man neue pluripotente Stammzellen schaffen kann, indem man Körperzellen auf dieses primitive Entwicklungsstadium, wie wir sagen, reprogrammiert. Ich könnte also zu Ihnen gehen, Körperzellen entnehmen aus der Mundschleimhaut und die zurückführen in diese frühe embryonale Daseinsform, von der aus sie dann beliebig vermehrbar wären. Dies ermöglicht mir die Chance einer klonalen Genkorrektur. Ich kann auf der Ebene dieser embryonalen, chloripotenten Stammzellen eine Selektion durchführen, sicherstellen, dass mein Gen an der richtigen Stelle im Genom ist und im Prinzip sollten alle Nachkommen dieser Zelle dann genetisch homogen sein. Eine einzelne Zelle, die es charakterisiert, die wird jetzt gebeten, oder der erlaubt man sich beliebig zu vermehren, um dann weitere neue Stammzellen davon ausgehend zu schaffen. Der Nachteil ist hier, dass dieser Prozess sehr langwierig ist, sehr teuer wahrscheinlich sein wird, später in der Anwendung, und wir hier ein großes Problem haben, nämlich gerade durch die starke Vermehrung dieser Zelle, die notwendig ist, besteht die Gefahr des Auftretens von sogenannten Spontanmutationen. Wenn eine Zelle sich teilt, kann es zu Fehlern bei der Genomvermehrung kommen und um nur ein Gramm Gewebe herzustellen, brauchen wir eine Milliarde Zellen, ausgehend von dieser einzelnen Zelle. Das ist ein Prozess, der 30 Tage dauert, wenn die Zelle sich jeden Tag teilt und keine Zellen in der Kultur verloren gehen. Wenn nun eine spontane Mutationsrate besteht, kritische Bereiche im Genom plötzlich zu verdoppeln oder zu verdreifachen, im Bereich von 1 zu 10.000 bis 1 zu 100.000 oder 1 zu 1 Million, das ist empirisch dargestellt, dann werden wir immer bei einer Kultur dieser Größe von einer Milliarde Zellen solche Mutanten mit dabei haben. Und es wurde gezeigt vor einigen Jahren, dass humane embryonale Stammzellen, und genauso gilt es für diese neu geschaffenen reprogrammierten Stammzellen, in der Kultur dann solche Genomfehler anhäufen. Und die Teile des Genoms, die hier vermehrt werden, tragen Gene, die die Zellvermehrung in der Kultur regulieren. Die Stammzellen passen sich den Kulturbedingungen an, indem sie mutieren. Und unglücklicherweise sind diese Mutationen, die hier akkumulieren, ähnlich bei menschlichen Keimzelltumoren zu finden. Also hier ist eine große Gefahr, dass durch die Expansionskultur Tumorzellen ungewollt selektiert werden. Und viele der Eigenschaften, auf die man in vitro bei der Kultur selektiert, sind ähnlich dann vorhanden in Tumorzellen. Die Hoffnung ist nun, dass man es schafft, Kulturbedingungen zu definieren, die so einen schnellen Proliferationsvorteil von Mutanten unterdrücken, indem man den Zellen physiologischere Expansionsbedingungen gibt. Und man arbeitet intensiv daran, an Parametern wie der Zelldichte, dem Zellmedium und anderen Zusätzen zu drehen, um möglichst optimale Kulturbedingungen zu schaffen, die solche Mutanten unterdrücken können. Das umgekehrte Prinzip, wie vorhin in unserem Mutationsessay, da haben wir die Kultur bewusst so verändert, dass die Mutanten sich besonders schnell durchsetzen, um sie nachweisen zu können. Hier müssen wir die Kulturbedingungen so ändern, dass die Mutanten unterdrückt werden. Das ist möglich. Es gibt viele Hinweise, dass gute Kulturbedingungen, die hier noch zu definieren wären, Mutanten in der Zellkultur unterdrücken können. So besteht also Anlass zur Hoffnung, dass wir mit diesen neuen induzierten, pluripotenten Stammzellen in der Tat neue Therapien entwickeln können. Aber wir sind noch weit davon entfernt, hier jetzt schon adäquate Methoden in der Hand zu haben. Die Technologie ist eben auch noch relativ jung, dass man adulte Körperzellen reprogrammiert zu solchen pluripotenten, vermehrungsfähigen Stammzellen. Das ist erst seit 2006 bekannt geworden, von Herrn Yamanaka in Kyoto in Japan erstmals gezeigt und seitdem weltweit mehrfach reproduziert worden. Wir sind in vieler Hinsicht ein Gentherapielabor. Wir arbeiten an dieser Optimierung dieser Genvektoren. Und so haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Genvektoren zu bauen, die diesen Reprogrammierungsprozess möglichst schnell einleiten können, sodass der Stress bei der Reprogrammierung vielleicht schon reduziert wird. Man weiß, dieser Reprogrammierungsprozess dauert ungefähr zwei bis vier Wochen. Und man kann ihn verkürzen, indem man hier Genvektoren baut, die sogenannte reprogrammierende Faktoren in die Zellen einbringen. Wir haben solche Genvektoren entwickelt und können nun mithilfe dieser Genvektoren die Geburt so einer pluripotenten Stammzelle, die sich ähnlich verhält wie embryonale Stammzellen, sogar sichtbar machen. Denn unsere Genvektoren enthalten Fluoreszenzproteine, die dann den Zellen eine sichtbare Färbung vermitteln. Was Sie hier sehen, ist so ein Experiment, wo wir nun zeigen wollen, im Zeitverlauf wie eine Körperzelle, ein Fibroblast, zurückprogrammiert wird in eine embryonale Stammzelle. Und bedenken Sie, das könnte eine Zelle sein, die aus Ihrem Körper entnommen ist, die wir nun in der Zellkultur behandeln und auf das Stadium zurückversetzen, das Sie kurz nach der Empfängnis hatten. Das ist ungefähr das Zellstadium, was wir hier versuchen wieder zu erzeugen, durch einen sogenannten epigenetischen Programmwechsel. Wir sehen hier beim Tag viereinhalb nach der Genmodifikation zwei solche rot leuchtenden Zellen, die langsam wachsen hier über die nächsten Tage und dann hier am Tag 8 so einen Zellklumpen bilden. Die Zellen sind rot, weil sie alle diesen Vektor tragen, der ihnen sagt, ihr sollt reprogrammieren zu einer pluripotenten Zelle. Plötzlich sehen wir am Tag 8 hier ganz leicht, und ich hoffe, Sie können es auf der Projektion sehen, hier eindeutig am Rand grüne Zellen aufleuchten. Warum werden die Zellen plötzlich grün? Hier ist ein genetischer Trick verwendet worden, in der Zelle eingebaut ist ein sogenanntes Indikatorgen, was grün leuchtet, sobald die Zelle auf dieses Stadium der embryonalen Stammzelle zurückversetzt wurde. Grün heißt, Reprogrammierung hat funktioniert. Sie können hier also morphologisch nachweisen, mit seriellen mikroskopischen Aufnahmen, wie plötzlich diese Konversion einer Körperzelle in eine embryonale Stammzelle oder pluripotente Stammzelle funktioniert. Man kann das dann weiterverfolgen und sieht dann, dass diese grüne Zelle hier schnell wächst und sogar schneller wächst als die ursprüngliche Ausgangspopulation. Wir wissen, dass diese pluripotenten Stammzellen sehr schnell wachsen können und das ist hier sehr schön nachweisbar. Ganz interessant ist nun, wenn man sich dieses Zellkulturexperiment hier als Orakel betrachtet, das ist aufgenommen worden lange vor der baden-württembergischen Landtagswahl, aber es hat in der Tat eine gewisse Vorhersagekraft für die politische Situation in Deutschland. Sie sehen hier eine schwarze Mehrheit am Anfang und zwei rote Parteien und Sie sehen, dass die beiden roten Parteien das jetzt Vorhersage für die spätere Zukunft irgendwann mal fusionieren. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, dass aus einer der roten Parteien hier eine grüne Partei hervorgeht und die grüne Partei wächst sehr viel schneller als beide roten zusammen. Und hier haben Sie jetzt die grün-rote Koalition am Tag 11,5, die jetzt die Kultur dominiert und wenn wir das weiter verfolgen würden, würden die grünen, die roten komplett überwachsen und auch die schwarzen. Ob das so zutrifft, können wir natürlich nicht vorhersagen. Sie werden sich fragen, wo sind denn die gelben? Und hier sehen Sie eine gelbe Zelle. Ich hoffe, Sie können das hinten sehen. Und nun müssen Sie wissen, gelb wird man in diesem Zellkultursystem, wenn man noch den Befehl des Vektors hat, du sollst reprogrammieren, aber schon längst reprogrammiert ist, also sozusagen überflüssige Befehle empfängt, dann wird man gelb. Die Zelle hat noch nicht gesagt, wie Herr Westerwelle, ich habe verstanden und hat den Vektor noch nicht stillgelegt. Nun ist das natürlich jetzt sehr weit hier rein interpretiert in ein biologisches Phänomen und wir wollen das auch schnell wieder verlassen, diese Interpretation. Und ich will Ihnen das lieber als Film zeigen, denn man kann das seriell im Mikroskop dann in einen Film die Fotos übertragen. Und ich hoffe, der Film kommt jetzt hier. Dann sehen Sie schön, wie die roten Zellen sich vermehren. Achten Sie mal hier auf diese Region und jetzt gleich tauchen hier die grünen Zellen auf, die dann an mehreren Stellen spontan unabhängig voneinander entstehen. Wir sagen, hier ist ein spontanere Ereignis notwendig, das zu dieser ultimativen Reprogrammierung führt, ein epigenetisches Ereignis. Sie haben hier also Film gesehen, wie solche embryonalen Stammzellen entstehen. Die müssen nun isoliert werden von dieser gemischten Kultur und vermehrt werden. Im Zwischenstadium sehen diese Kulturen dann weiterhin aus wie Patchwork-Kolonien. Und hier nochmal in der 3D-Aufnahme der Mikroskopie gezeigt, sehen Sie die Koexistenz von embryonalen Stammzellen und den ursprünglichen Ausgangspopulationen. Sie können sich nun vorstellen, dass Sie, um dieses therapeutisch zu verwenden, die Kultur erstmal säubern müssen. Sie brauchen die Reihenkultur von diesen reprogrammierten Zellen und wir können anhand dieser Daten, die wir hier generieren, Gesetze ableiten, wie wir am schnellsten zu einer hochfeinen Aufreinigung von echten reprogrammierten Stammzellen kommen. Spannend ist auch, dass man hier die Möglichkeit hat, über einen genetischen Trick den Vektor so zu gestalten, dass er aus dem Genom wieder herausgeschnitten werden kann. Hier ist noch die Integration dieses Vektors, der die Reprogrammierungsinformationen trägt. Wenn diese Zelle eine Stammzelle geworden ist, können wir sie nachbehandeln mit Proteinen, die dazu führen, dass der Vektor effizient aus dem Genom wieder herausgeschnitten wird. Was übrig bleibt, als einzige Genmodifikation gegenüber der Ausgangszelle, ist hier ein kleiner Fußabdruck des Vektors, die Heilungsstelle. Und die können wir nun genetisch genau kartieren und haben so die Möglichkeit, eine Art Personalausweis für die Zelle zu generieren. Denn diese Stelle, an der dieser Fußabdruck im Genom der reprogrammierten Zelle sitzt, der wird für jede Zelle anders sein und liefert so eine genetische Identität, die wir im Sinne einer Genmarkierung nachweisen können. Dies ist ein sehr sensitives Nachweisverfahren, mit dem wir dann die Zellen nach der Einbringung in den Körper sehr sensitiv genetisch verfolgen können. Damit sind wir aber noch nicht am Ziel. Wir haben ja erstmal nur diese unreifen Zellen geschaffen und ich hatte Ihnen eingangs erwähnt, unreife Zellen schaffen keine Funktion im Körper. Sie sind nur die Basis für die Regeneration. Was wir in unserem Fall gerne machen würden, wäre neue Blutzellen aus diesen unreifen Zellen generieren, die wir genetisch korrigiert haben. Die Werbung hier, die Sie in jedem ICE sehen, sagt, dass die Blut, das aus der Retorte kommt, nirgendwo kaufen können und deswegen muss Blut gespendet werden. Wir haben, wie viele andere, die Hoffnung, dass wir schon in die Lage kommen, Blut aus der Retorte von solchen Zellkulturzellen neu schaffen zu können. Im Rahmen des Exzellenzclusters in Hannover, in dem auch diese Reprogrammierungsexperimente laufen, beschäftigen wir uns daher intensiv mit der Frage, wie können wir diese neu geschaffenen Stammzellen in Funktionsträger der Blutbildung überführen. Und hier sind wieder aufwendige Kulturbedingungen notwendig. Das dauert zwei bis vier Wochen mindestens in der Zellkultur. Dann erhalten die Zellen ihre Identität als Blutstammzelle wieder. Und auch hier benutzen wir wieder genetische Tricks, um den Zellen das Blutbildungsprogramm anzuwerfen. Wir können hier Genvektoren einbringen, die einen neuen Transkriptionsfaktor einbringen, der dazu führt, dass das Blutbildungsprogramm verstärkt angeworfen wird. Und man kann so in der Zellkultur sehr schöne Blutzellen generieren. Das ist sehr erfolgversprechend für Menschen, die an schweren Störungen der Blutbildung leiden. Aus einer Stammzelle, die wir künstlich erzeugen, meinetwegen aus einem Fibroblasten, den wir aus der Haut entnehmen, können wir ultimativ nach wochenlangen Kulturverfahren wieder neue Blutzellen generieren, die dann vielleicht in den Körper gebracht werden können, um die Blutbildung komplett zu regenerieren. Und wir können in der Tat in der Maus sehen, dass wir mit diesen Zellen die Blutbildung komplett wiederherstellen können. Aber das dürfen Sie jetzt nicht falsch verstehen, das ist bisher nur in der Maus möglich. und für den Menschen sind solche neuen Kulturbedingungen noch nicht definiert. Ich zeige Ihnen das nur, um das Prinzip zu erläutern und um zu zeigen, wo man hin will, aus pluripotenten Zellen Körperstammzellen zu schaffen, die dann reife Funktionen übernehmen und möglichst langfristig Organe wieder in ihren Funktionen wiederherstellen können. Wann das therapeutisch verwendbar sein wird, vermag ich nicht vorherzusagen. Es kann sein, dass das in den nächsten zehn Jahren kommt. Es kann aber auch sein, dass der Prozess sehr viel länger dauert, weil man doch immer die Gefahr hat, dass hier neue Mutanten selektiert werden in den langen Kulturen und wir verstehen müssen, wie wir diese Verfahren möglichst sicher anwenden. So, damit komme ich zu meinem Ende meiner biologischen Ausführung. Ich hatte Ihnen versucht zu erklären, dass wir hier reife Körperzellen in IPS-Zellen, diese induzierten pluripotenten Stammzellen verwandeln können und dass die zurückgeführt werden können, wieder in diese Reifenzellen, um Organfunktionen zu übernehmen und dass wir das möglichst machen unter Ausschluss dieser problematischen Frühstadien des Embryos, damit wir hier keine ethischen Grenzen überschreiten. Dass wir Gentransfer einsetzen können, um das Zellverhalten zu kontrollieren, die Differenzierung zu kontrollieren, die Vermehrung und vielleicht auch die Elimination. Wir haben aber auch gelernt, dass heilende Gene und regenerierende Stammzellen Krebs auslösen können und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir quantitativ erklären können, wie wahrscheinlich solche Nebenwirkungen sind, die Prozesse erkennen, die die Nebenwirkungen auslösen und dann Stück für Stück eine Risikominimierung durchführen können. Wir stehen hier vor der schwierigen Situation, graduelle Abwägungen zu treffen in der Nutzen- Risikoabwägung und keine ultimative Sicherheit bei diesen neuen Therapien momentan anbieten zu können. Daher müssen wir eine sehr intensive Aufklärung für die Patienten betreiben, denen solche Therapien angeboten werden und wir können nur hoffen, dass wir hier langfristig in der Tat nachhaltige, sichere Therapien entwickeln können. Eine immanente Frage und jetzt gehen wir hier zum Glatteis, die hier bei all diesen Stammzelltechnologien mitspringt, wann beginnt eigentlich das Leben des Menschen? Schon vor 400 Jahren dachte man mikroskopisch, vielleicht ist vorgeformt in der Samenzelle ja schon der kleine Mensch und man kann im Prinzip vom Beginn der Befruchtung bis zur Leiche durch alle Entwicklungsstadium des Körpers Stammzellen entnehmen, die man in der Zellkultur vermehren kann. Selbst nach ihrem Tod könnte ich noch Stammzellen aus ihrem Körper isolieren, die ich weiter vermehren kann. Hieran schließen sich natürlich Fragen an, wie, wann beginnt denn eigentlich das Individuum und wie können wir es vielleicht in seiner Existenz hier am besten begründen. Beginnt es mit der Befruchtung, mit diesem Neustart, der Pluripotenz oder wird das Individuum erst festgelegt, wenn die Programme, die Körperfunktionen ausbilden, dann auch festgeschrieben werden. Und es gibt hier zwei Lager im Wesentlichen zur Beantwortung der Frage, wann eigentlich der Mensch als Mensch entsteht. Ein idealistisches, lassen Sie mich das vereinfacht so zusammenfassen, und ein empirisches. Das idealistische Lager würde sagen, der Mensch entsteht mit der Befruchtung. Da kann es gar keine zwei Meinungen geben, weil wir spätere Grenzen nicht klar definieren können. Und daher endet die menschliche Existenz dann auch mit dem Tod oder mit dem Hirntod. Hier gibt es zwei verschiedene Interpretationsformen. Die Idee der Menschheit, das Potenzial ist ausreichend dafür, den Mensch zu definieren. Das empirische Lager versucht eher zu definieren, dass der Mensch über die Empfindungsfähigkeit definiert ist, dass vielleicht der Mensch erst entsteht, wenn neuronale Strukturen entstehen bei der Fötalentwicklung, und dass das Status Menschsein wichtiger ist als die Potenzialität, ein Mensch sein zu können. Die Abwägung ist hier für jeden Einzelnen sicherlich sehr schwierig. Was wir aber gelernt haben mit dieser Reprogrammierung, ist, dass wir allein aufgrund der Potenzialität einer Zelle doch Schwierigkeiten haben, menschliche Existenzen zu begründen. Denn ich kann Ihnen, wie ich Ihnen gesagt habe, Zellen entnehmen und die in der Zellkultur in diese früheste embryonale Phase zurückversetzen. Wie soll ich das ethisch bewerten? Ein Ausweg ist, dass diese Zellen keinen gesamten Körper neu bilden können, weil sie nicht die Anteile der Plazenta des Embryos bilden können. Aber das ist sicherlich auch noch eine relativ künstliche Abgrenzung. Wir stehen hier vor dem Grunddilemma, dass dieses idealistische Konzept sagt, das Individuum beginnt mit der Befruchtung, biologisch bedeutet das, ein diploides Genom, epigenetischer Neustart bedingt ein Individuum, personale Initiation. Wir können aber jetzt in der Retorte eine Körperzelle künstlich durch diesen Neustart durchbringen. Wie soll ich das beurteilen? Die entscheidende Antwort kommt vielleicht schon sehr früher aus der Pflanzenbiologie. Man weiß eigentlich schon von Experimenten, die vor gut 50 Jahren gestartet wurden, dass man in Pflanzenzellen findet, aus denen komplette neue Pflanzen bei Auswahl richtiger Kulturbedingungen wiederhergestellt werden können. Hier am Beispiel einer Karotte gezeigt. Und das heißt nichts anderes, dass jede Körperzelle ein komplettes Genom hat und jedes Genom die Möglichkeit hat, theoretisch eine komplette Neuentwicklung eines Individuums auszulösen. Wir haben also das Problem, dass das Potentialitätsargument eine gewisse Inflation hat, weil wir nun technisch in der Lage sind zu zeigen, dass jeder Zellkern Ausgang sein könnte für frühe embryonale und vielleicht auch später fetale Strukturen. Die Frage ist daher, ob wir auf der Basis dieses genomischen Potenzials überhaupt Individualität definieren können und ob wir nicht andere Regelungen brauchen, die sich wegbewegen von dieser letztlich materialistischen Definition der Individualität. Ich kann, denke ich, menschliche Existenz nicht auf der Ebene des Genoms definieren. Hier ist ein sehr viel komplexeres Zusammenspiel notwendig und wir müssen uns überlegen, wie wir diese biologisch materiellen Argumente vielleicht wieder verlassen können in dieser Diskussion, um zu klaren ethischen Regeln letztendlich zu kommen. Zusammenfassend, ich hatte Chancen und auch Grenzen der Stammzeitmodifikation mit Ihnen diskutiert. Ich hoffe, ich habe den Eindruck vermitteln können, dass die Technologieentwicklung auf der Basis einer rationalen Toxikologie viele der großen Probleme erkannt hat und Lösungswege skizzieren kann, die künftig zu sicheren Stammzelltherapien führen können. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass wir noch nicht in der Lage sind, ultimative Sicherheit für solche neuen Stammzelltherapien anzubieten. Wir brauchen hier eine graduelle Risikonutzenabwägung. In dem Flyer zur Einladung stand die Frage, wie können wir Dichtung und Wahrheit bei der Stammzellbiologie unterscheiden. Damit will ich gerne schließen mit dieser Betrachtung. Nun, von Dichtungen können Sie immer ausgehen, auch in der Wissenschaft, wenn große Versprechen gemacht werden, wenn nur ein Prinzip beobachtet wurde. Hier die notwendigen Kontrollen nicht mal durchgeführt sind, um zu zeigen, wie gut das reproduzierbar ist und welche Kontextabhängigkeit hinter diesen Beobachtungen steht. Wahrheit in der Stammzelltherapie können wir uns annähern, indem wir den Effekt in kontrollierten Studien zweifelsfrei nachweisen, indem wir wesentliche Dosis limitierende Nebenwirkungen genauso gut kennen wie die erwartete Wirkung, indem wir, wiederholt erwähnt, quantitative Daten erheben, die zur Risikonutzenabwägung geeignet sind, indem wir auch Kontextabhängigkeit, die Milieufaktoren untersuchen, die zur Selektion von Mutanten die Nebenwirkungen auslösen können, führen. Wir müssten dann daraufhin klassische medizinische Prinzipien anwenden, wie realistische Dosisfindungsstudien. Wir brauchen Langzeitbeobachtungen, um die Effekte wirklich nachhaltig beurteilen zu können und ultimativ werden wir auch gesundheitsökonomische Planungsgedanken hier mit einfließen lassen müssen, da einige dieser Technologien sehr teuer werden und man dann auch sich Gedanken machen muss, ob man nicht andere Technologien favorisieren sollte, die mit einem geringeren Aufwand, vielleicht auch einer geringeren Präzision letztendlich zu ähnlichen Erfolgen führen. Damit möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und mich vor allen Dingen bei meinen Mitarbeitern bedanken, die die Experimente machen, die hinter diesen Konzepten stehen, hervorheben. Für die Vektorentwicklung möchte ich Axel Scharmbach mit seinem Team, für die Frage der Risikonutzen, Abwägung und der Nebenwirkungsforschung Ute Modlich und Sejong Li mit ihren Teams und für die Frage der Blutstammzell-Expansion und verwandte Fragen auch der Signalbiologie in den Blutstammzellen Bernhard Schiedlmeier und Johann Mayer und für die Entwicklung neuer innovativer Genmodifikationsmethoden neben dem, was wir klassisch machen mit Retroviren, Jürgen Bode und Toni Katomen. Ich danke der DFG für die umfangreiche Unterstützung unserer Arbeit, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und auch der Europäischen Union. Vielen Dank.